Steuern und Leidenschaft? Klar passt das zusammen. Du bist Steuerprofi, engagiert und immer nah am Puls der Mandanten. Und du liebst die Kommunikation im Team. Hier holst du die Energie und Inspiration für einen anbruchsvollen Alltag. Und der ist selbstverständlich digital, wie fast alles bei uns. Viele deiner täglichen Standardaufgaben übernimmt zum Beispiel unsere Roboter-Software. Und die Kollegen von Verwaltung und IT kümmern sich 1A um alles, was nicht zu deinen Kernaufgaben gehört. Du konzentrierst dich einfach auf deine wirkliche Arbeit. Unser Mandantenstamm ist groß und abwechslungsreich. Trotzdem gibt es bei uns individuelle Betreuung. Und wenn man einmal doch nicht weiter weiß, sind die anderen Experten mit ihrem Fachwissen nur ein paar Türen entfernt. WHU bietet dir einiges für dein Weiterkommen. Ständige Steuerupdates, Einführungen in Spezialthemen, auswärtige Fortbildungen und natürlich volle Unterstützung bei der Vorbereitung auf deinen Steuerberater-Examen. Da haben wir schließlich alle was von. Win-Win! So klatt das klingt, aber geht's uns Mitarbeitern gut, geht's der Firma gut. Und wenn du Familie hast, auch der geht's gut. Denn die Arbeitszeiten bei der BAU kannst du flexibel gestalten. Sogar in Teilzeit. Alles sehr familienfreundlich. Und weil man ja einen nicht unerheblichen Teil seines Lebens mit den Kollegen verbringt. Hey! Ach, ich kann euch sagen, die sind schon echt super. Und weil ich jetzt ja auch schon eine ganze Weile hier bin, weiß ich, hier kann man auch echt gute Freunde finden. Hey! Du willst hochmoderne, digitale Bürotechnik und echt spannende Aufgaben in einem mega sympathischen Team. Und das bei überdurchschnittlichem Gehalt. Wann, wenn nicht jetzt? Lass uns einfach darüber sprechen. Ganz unvermittlich und diskret. Versprochen. Einfach klicken. Nachschauen kostet nichts.